Hallo! Klaus, zusammen! Wer ist das denn? Keine Ahnung. Was hast du hier zu suchen? Ich bin Dimitris Tupakis, Austauschbandit aus Griechenland. Ich soll mich melden bei Herr Maria Santa? Luft. Reine Luft. Die Luft ist hier so rein! Ja, ja. So, ich würde vorschlagen, wir stellen uns alle mal kurz vor. Ich bin Dimitris Tupakis, 30 Jahre im Zeichenstern Frau Jung und in meiner Zeit frei bastel ich so Häuschenvogel mit meinem Schwanzvuchs. Habt ihr auch Hobbys?